Ich bin ein Teufel von einem Butler. Und in jeder Stadt, in der er Halt macht, ereignen sich seltsame Dinge. In der Art, dass eine Anzahl von Kindern einfach spurlos verschwindet. Ich freue mich, Sie heute im Zirkus Noas Arche begrüßen zu dürfen. Nun ja, man könnte sagen, unser Zirkus ist etwas speziell. Was fällt dir ein, du Perwärtsling? Ihre motorischen Fähigkeiten sind wirklich ausgezeichnet. Ich würde Sie am liebsten gleich vom Fleck weg engagieren. Meinen Sie das ernst? Heute dürfen wir zwei neue Kollegen in unserer Mitte begrüßen. Für Unbefugte ist der Zutritt strengstens verboten. Eine Fotografie mit Kindern. Alle aus der Hauptbesitzung. Aber das ist doch... ...ein Shinigami. Sie mieser, widerlicher Teufel! Mit diesem Zirkus stimmt etwas nicht. Ich habe vor, die Sache heute zu beenden. Seid beruhigt. Solange unser Pakt besteht, werden wir euer Leben mit allen Mitteln schützen. Sie schon wieder. Ich hatte Ihnen doch untersagt, ohne Ihr Herrchen umherzustreunen. In einer Artistentruppe wären Sie im Handumdrehen der Star. Nein, ich bin einfach nur ein teuflisch guter Butler. Ich habe drei, 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 zwei, drei, vierge. Bitte nicht.